In Jansdorf hat der Zweckverband Wasserwerke West-Erzgebirge am Freitag ein neues Abwassernetz feierlich in Betrieb genommen. Und jetzt rein? Drei. Vielen Dank. Auf einer Länge von insgesamt 900 Metern wurden in nicht gerade einfachem Bauraum Schmutzwasserkanäle und eine die Gleise der Bahn unterquerende Abwasserdruckleitung mit zugehörigem Pumpwerk verlegt. Insgesamt konnten 42 Grundstücke im Gebiet des Sonnenberges auf eine zentrale Entwässerung des ZWW an die Kläranlage in der Wilhelmsdorfer Straße neu auf- oder umgebunden werden. Möglich wurde das Vorhaben erst mit einer privaten Zuschussfinanzierung der betroffenen Grundstückseigentümer. Ein grundhafter Straßenbau seitens der Gemeinde Jansdorf schlossen die Tiefbauarbeiten erfolgreich ab.